Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, 22. Februar 2017. Und ihr hört die Geek Talk Daily 60, ein weiterer Meilenstein in unserem kleinen täglichen Format, was wir euch täglich um 4 Uhr morgens online bringen. Es geht weiter heute mit den folgenden Themen. Note 7, Firestick, Farben, eine Trillion, EU-Irland-Apple und Podcat. Und nee, ich habe kein S vergessen, dazu nachher gleich mehr. Nachdem ich euch gestern mit 14 Nachrichten fast zu Tode geprügelt habe, kommen heute ein paar weniger. Beginnen tun wir mit etwas, was auch eigentlich tot geglaubt war, das Samsung Galaxy Note 7. Möchtet ihr euch noch erinnern? Puff, dieses Teil, was gewissen Leuten um den Kopf geflogen ist. Tragische Geschichte. Die Dinger wurden ja eingesammelt. Einige davon anscheinend zusammen oder auseinandergeschraubt. Ein kleinerer Akku reingebaut, wieder zusammengeklebt und dann Richtung Indien und Vietnam verschifft. Ich glaube, die haben das nicht ganz mitbekommen, was hier drüben in den USA und in Europa passiert ist. Auf jeden Fall bekommen die jetzt die Geräte. Da hätte ich ein mulmiges Gefühl, irgendwie. Auch wenn. Aber eben. Ja. Muss man selber wissen. Ihr möchtet euch erinnern? Ich habe ja gesagt, Anfang der Woche, das ist die Woche der Sprachassistenten hier im Geek Talk und im gesamten Pogipsi Network. Gestern ging ja der Amazon Dot Review online auf dem Pogipsi.ch Blog. Und heute geht es mit einem weiteren Device weiter. Firesticks. Möchtet ihr euch erinnern? Das sind diese kleinen HDMI Dongles, welche ihr euch hinten an euren Fernseher stecken könnt. Und dann ganz einfach Bilder via der Luft, also sprich via WLAN, Filme via WLAN oder auch Musik via WLAN auf dem Fernseher streamen könnt. Die haben ja einen Sprachassistenten drauf, aber nicht so, ja, Optimierungsbedarf war nötig. Ein Update kommt für bestehende Geräte, aber noch interessanter, es kommt ein neuer Stick zum gleichen Preis. 39,99 ab, glaube ich, circa April in den Markt hier in Europa. Deutschland, Österreich zumindest, Großbritannien. Und das Tolle daran, da kommt Alexa rein. Zusätzlich ist das Teil noch ein bisschen schneller als sein Vorgänger und hat eine überarbeitete, ui, also die Bedienungsmöglichkeiten, die Menügeschichte und so weiter. Sehr, sehr spannendes Gerät. Werde ich mir eventuell jetzt mit meiner Alexa doch auch mal anschauen. Mal schauen. April, das geht ja noch ein Weilchen, bis es in die Richtung geht. Gestern habe ich euch etwas weitergegeben im Sinne von Storytelling, also die kostenlosen Kurse von, oder Kurse ist übertrieben gesagt, aber den kostenlosen Einblick von Pixar im Bereich Storytelling. Heute ein kleiner Tipp im Bereich Farben. Wenn ihr ein neues Logo entwerft, wenn ihr irgendwas in der kreativen Branche unterwegs seid oder eben nicht nur kreativen, sondern im Content Marketing, ist es genauso wichtig, wenn ihr mit Farben arbeitet. Und da solltet ihr darauf achten, welche Farben das da sind, aber wem erzähle ich das? Farbenlehre habt ihr sicherlich mal in der Schule gehabt, um das Ganze ein bisschen aufzufrischen, einen kleinen Artikel verlinkt rüber zu Communicate and Sell. Reinlesen, wer interessiert ist, daily.geektalk.ca, da findet ihr den Link dazu. Wenn es nicht interessiert, einfach nicht anklicken. In den Voice-Tagging am Anfang habe ich eine Trillion genannt. Ein Supercomputer ist euch sicherlich ein Begriff. Das sind so die Verbunde von mehreren oder ganz, ganz vielen performanten Rechnern zu einem Superrechner. Da gibt es ja jährlich solche Ranglisten, wo das die schnellsten stehen. Und da ist jetzt aktuell ein neuer in Mache. Im 2018 will der fertig sein, der Tianhe 3, ich hoffe, ich spreche das einigermassen richtig aus, soll oder wird in China gebaut und das Teil hat es in sich. Denn wenn das Teil fertig ist, ist er zehnmal so schnell wie der aktuellst schnellste Supercomputer, den es überhaupt gibt. Er dringt auch in eine neue Sphäre vor, denn seine Taktung liegt bei einem Exaflop, was um die 1000 Petaflops sind. Und ich nehme an, da könnt ihr euch genauso wenig darunter vorstellen. Das ist eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunden. Das ist einfach extrem viel. Und ziemliche Power dahinter. Soll vor allem dazu eingesetzt werden, um Erdbeben, Epidemien und Ähnliches simulieren zu können und schlussendlich dann natürlich auch schneller darauf zu regieren. Schnell reagiert hat man nicht in der EU. Seit 1991 bis und mit im letzten Jahr oder bis und mit 2007 sei anscheinend ja Apple ungerecht behandelt worden. Und so hat eine Kommission der EU veranschlagt und hat Apple quasi dazu gezwungen, 13 Milliarden Euro nachzuzahlen an Irland. Apple will nicht zahlen. Irland will das Geld nicht. Logischerweise, weil sie möchten weiterhin ein lukrativer Platz sein für große Firmen aus Übersee. Jetzt hat Apple zum Gegenschlag ausgeholt. Und hat eine Liste veröffentlicht mit 14 Punkten oder besser gesagt mit 14 Argumenten, die gegen diesen Betrag sprechen, warum man das bezahlen muss. Unter anderem auch da hängt es damit zusammen, dass die ganzen Entwicklungen, Vermarktungen, Ideen aus den Staaten stammen und somit das Ganze auch da versteuert werden muss, was es ja eigentlich geworden ist. Ja, Steuern ist so ein Ding. Ich meine, solange es irgendwo Länder gibt, die es nicht gut machen, gibt es immer Möglichkeiten, dass man sich in anderen Ländern das besser machen kann und da mehr einsparen. Und da werden wir leider noch ganz, ganz viel, viel Geld von den ganz grossen Firmen verlieren, wenn sie nicht alle mal endlich ein bisschen in die richtige Richtung arbeiten. Aber ja, vielleicht werden wir das noch erleben. Podcast hören, das kann man auf einer Webseite, das kann man in iTunes, das kann man bei Google mittlerweile, noch nicht in Europa, aber man kann es. Und es gibt auch diverse Podcatcher. Wir haben immer wieder mal welche Neuigkeiten zu Podcatchern. Und heute gibt es wieder mal eines zu einer Podcat. So nennt sich die App. Und die hat jetzt einiges an neuen Funktionen mitbekommen. Optisch ist es so ziemlich ähnlich, wie es vor war eigentlich. Vor allem die wichtigsten Neuigkeiten sind eine Playlist, die aufgewertet wurde oder überarbeitet wurden. Das Subscription Grid, das Podcast Verzeichnis und diverse andere kleine Punkte. Ihr habt einen kleinen Play, einen grossen Player etc. Wenn ihr ein Podcatcher auf der Suche seid nach einem neuen, schaut es euch doch mal an. Der Vorteil von Podcat ist, dass man einen einmaligen Betrag bezahlen darf. Das sind nämlich 5 Euro und 5 Schweizer Franken. Also da um den Drehpunkt herum. Es gibt keine In-App-Käufe und so weiter. All das Ganze bleibt beim einmaligen Kauf. Ich habe die mir zum ersten Start gekauft und habe mir jetzt das Update gezogen. Ich werde es mir einmal anschauen und bin sehr gespannt, wie die Podcat nun ist. Vielleicht möchtet ihr uns auch mal mitteilen, was für Podcatcher ihr nutzt. Unten in die Kommentare oder via Twitter oder Mail, wie auch immer ihr möchtet. Uns würde es sicherlich freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback in die Richtung geben würdet. In diesem Sinne, mein Tag ist rum. Zumindest die News dazu. Jetzt heisst es dann bald wieder aufstehen. Euch ein super Start in den Tag und vor allem einen ganz erfolgreichen Mittwoch. Wir hören uns morgen am Donnerstag wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.